Hohohoho! Merry Christmas! Oder so. Weihnachten ist nicht mehr weit weg und ich habe noch einen Wunsch für Weihnachten und den Wunsch seht ihr in diesem Video. Hohohoho! Der Weihnachtsmann ist unterwegs in den Bergen. Wird man schon gescheit machen. Ein sauberer Pulverpaulis. Ja. Soll ich warte mal. Brauchst du da, dass du das umhängst? Ich will umhängen, ja. Passt dich selber, wo du bist. Du schaust perfekt aus. Ja, so. Danke, warte mal. Herr Weihnachtsmann, wo sind wir denn? Ja, grüß euch. Jetzt haben wir einen steirischen Pulver. Wahnsinn. Unterwegs mit Weihnachtsmännern in den steirischen Bergen. Das gibt was her. Kommt mal mit. Hohoho! Jawoll! Hey, nimm mir nur Plätze. Hey, das Leben ist eh so ein Arsch oft. Die Leute können immer lachen. Dann musst du ein bisschen Gas geben. Die Leute müssen wieder lachen lernen, gell? Drum sind wir unterwegs. Juche! Juhu! Pulver! Jetzt lass ich die Drohne fliegen, Franzl. Ja. Jetzt geht's hier da auf, ganz gemütlich. Ich zieg euch hinten eure Knochen von vorn. Jawohl. Passt. Gehen wir mit der Vier um. Dann geht's hier da auf. Der Vier und da auf. Ja, passt. Hohoho! Hohohoho! Hohohohoho! Hohohohohohohoho! Oh! Weefa! Weefa! Uhuhuhu! Der Weihnachtsmann ist da! Franz, da unten haben wir was gesehen, da liegt was! Jetzt holen wir mein VS-Gerät, vielleicht ist es ein Überraschungsbackel für die Erwachsenen, für die Kinder. Wir gehen schon hier runter, der Christoph und der Pulver Pauli, Angriff! Da liegt was! 15 Meter, sagt er! Ein Stückchen da! Da ist was! Wow, da liegt er! Das ist ein Weihnachtsmann! Treffer! Schauen wir, was da drinnen ist! Da haben wir es! Schauen wir! Da haben wir es rausgekommen! Ja, bist du, Deppert! Die schönsten Ski durch den Steuermark! Von Paul und Peter Sodamin! Das war ein Weihnachtsgeschenk! Das ist ein Wahnsinn! Jetzt haben wir da einen gefunden, mitten im Pulver! Wahnsinn! Unglaublich! Da wünsche ich euch schöne Weihnachten! Ein kurz neiges Jahr! Zum Bleiben und viel Pulver! Angriff! 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 Wuii! 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 Du hast die Einheste und die Brüden mal nicht. Ja. Fass, du hast es schon aufschätzt. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.